Wir müssen einfach als Team Gas geben, füreinander da sein, mit und ohne Ball einfach den Willen haben zu arbeiten und einfach dem Mitspieler zu helfen und für unseren Verein alles zu geben und dann mit guten Leistungen, mit der guten Einstellung kommen die Siege dann auch wieder automatisch. Es ist klar, wir wollen am Sonntag wieder die drei Punkte holen, aber jetzt geht es darum, dass man einen dreckigen Sieg einfährt, dass man wirklich gut verteidigt, gut kämpft als Mannschaft und mit einer einzigen Torschuss das Spiel dann auch entscheiden kann. Darum wollen wir am Sonntag in das Spiel fighten 90 Minuten und dann schauen, dass wir gewinnen. Wir haben jetzt mit dem CUP Ausscheider im CUP und jetzt mit der Meisterschaft die Resultate jetzt haben wir sicher ein wenig Feuer im Club drin, darum, man weiss nicht so recht, was uns erwarten wird. Darum nochmal umso mehr ist es entscheidend, wie wir ins Spiel gehen, dass wir den Kampf annehmen und wenn wir das machen und das durchziehen können, was wir uns vornehmen, dann werden wir den Match auch gönnen. Jubiläumsfeiern sind großartig für Vereine, vor allem für große Vereine. für Vereine mit einer Vergangenheit und einer großartigen Geschichte und ich glaube, jeder, jeder Spieler, ich, wir freuen uns großartig darauf und ich glaube, für jeden FCZ-Fan oder eigentlich für jeden ist es eine Pflichtaufgabe, sich das anzuschauen. Ich habe mich schon im Sommer gemerkt, weil wirklich auch der 1. August da war, dass es wirklich etwas Spezielles ist für alle Leute im Umfeld des FCZ, für alle Fans. Ich persönlich habe den Film auch gesehen, es ist ein extrem spannender Film, obwohl ich schon so lange im Verein bin und ich glaube, sehr viel weiss über den Verein, hat es doch noch sehr viele Sachen drin gehabt, die an mir neu sind und darum ein Muss für jeden FCZ-Fan. FCZ-Fan. FCZ-Fan.